Willkommen Leute zu der zweiten Folge Horizon mit dem Leeroy, aber ohne die Michelle, weil die musste leider gerade ausmachen. Ja, die musste ausmachen und deswegen spiele nur noch ich und Lukas, aber seine Folge wird noch ein bisschen kürzer. Ja, meine wird ein bisschen kürzer, weil meine Festkarte ist leider voll. Ich musste da mal eine größere holen. Was machst du auf Militärgelände, Junge? Oh nein! Du bist auf Militärgelände, Junge. Es könnte auch sein, dass von meiner anderen Aufnahme irgendwie zwei Minuten oder so fehlen, weil meine Festkarte halt voll gewesen ist. Also ich musste gerade ein paar Sachen runter machen, damit ich jetzt die zweite Folge noch aufnehmen kann. Und das wird jetzt eine etwas kürzere Folge. Ich habe hier so eine Tomate, also ich habe in den letzten zwei Minuten noch Diamanten gefunden. Du hast eine Tomate gemacht, Alter. Und eine Tomate da unten angepflanzt. Und jetzt werde ich denke ich mal nur noch so ein bisschen Stuff machen. Wir haben jetzt 19.20 Uhr. Schon? Ja. Hütchen! Ne, muss ich mir nicht merken, damit ich weiß, warum ich aufhören muss. Scheiße! Ich kann das Hühnchen nicht, Alter. Dann muss ich gleich erstmal rennen. Nein, 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 ich schrumpfe! Scheiße. Lukas! Geil! Hilf mir! Wo bist du, Lukas? Hilf mir! Ich bin ein Hühnchen! Ich bin Gangster-Hühnchen! Wo bist du? Ich bin Gangster-Hühnchen. Bist du in deinem Gefühl aus deinem Grundstück? Ich bin auf meinem Grundstück, ja. Ja, guck mal, ich bin Gangster-Hühnchen. Ich bin das Baba Hündchen Ich bin das Hündchen mit dem Schwert Ich bin das Hündchen mit dem Schwert Bojo, du hast mich geschlagen Wir haben ein Diamantschwert Bojo, ich habe mein Leben abgezogen bekommen Bojo, ich muss mir mal eben Oh, es wird dunkel, das heißt ich könnte mich jetzt in ein Skelett oder ein Zombie verwandeln Ja, das könnte ich auch Ich verwandle mich jetzt in ein Zombie, guck mich an Ich bin jetzt ein Zombie Oh mein Gott Ich bin voll der Zombie Ich würde voll scheiße in der Rüstung aussehen Ja Aber ich mag die Holzrüstung Die ist schwul Sie ist schwul, glaub mir Ich denke, wir nehmen dann morgen wieder ein bisschen mehr auf, oder? Ich glaube, wenn ich Zeit Ne, ich glaube, ich komme morgen erst so abends Und dann habe ich französisch Unterrichtsabend mittags Achso, also nur eine Folge oder so Dann will ich vielleicht so zwei, drei Folgen Vielleicht eine, zwei Folgen aufnehmen Heute vielleicht noch die Ankündigung online erstellen So, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Ah, ich sortiere mal gerade hier ein bisschen Stoff Ne, ich habe noch ein bisschen mehr Stoff Und mache mir gerade schon mal ein paar mehr Öfen Dann kann ich nämlich schon mal ein bisschen mehr braten Ich habe vier Öfen schon, Alter Ich bin der Boss, ich habe vier Öfen Ich habe drei Dann werde ich mal eben zu einem Hühnchen Dann kann ich da nämlich runterfliegen Ja, das hat jetzt super funktioniert Ja, du bist ein komischer Vogel, Lukas Das wusste ich immer schon Du bist ein komischer Vogel Das ist übrigens ganz cool Wenn man hier so ein Hühnchen ist Dann kann man nämlich ganz einfach hier auch Sich 1x1-Gänge graben Lol, mein Ne, ich habe eine Diamantspitzhocke gemacht Ich habe ein Fossil, yo Yo Lol, lol Ich brauche eine Eisen-Pickaxe, Alter Ich brauche eine Eisen-Pickaxe Schnellstens Wo ist mein Eisen, wo ist mein Eisen, wo ist mein Eisen Das ist Magi-Meister-Klasse Ich weiß es nicht Ich versprüche mit Magi Wie viele Magi-Meister- Wie viele davon musst du noch machen Viele, ich muss die fast immer bringen So Magi-Meister-Klasse-Sprüche Einmal pro Folge so, ne Ja, so ein Magi-Meister-Klasse-Spruch Den muss man immer bringen Ja Ich glaube, ich muss schon in 3 Minuten oder so abholen Wir haben jetzt schon fast 4 Minuten aufgenommen Ich glaube, das hält meine Festplatte sonst nicht auf Weil mein Programm leider Eine 14 Minuten auf Ja, meine Meine 14-Minuten-Folge Oder wie sie gerade auch war Oder ich glaube 15 oder so Keine Ahnung Ist auch 19 Ja, okay Ne, bei mir ist die dann 17 oder so Weil mir fehlen 2 Minuten Ähm Nope Dann Die hat einfach mal 30 Gigabyte gefressen Oh Lukas, ich kaffe jetzt ein Fossil aus Wobei ich glaube, ich kann Ui, 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 ich habe ein Relikt, Junge Cool Ich glaube, ich kann die nächsten Folgen auch wieder mit Fraps aufnehmen Das zieht nicht ganz so viel Gigabyte Weil ich habe ja jetzt Optifine Ich habe 16 Gigabyte nur gezogen bekommen Ne, weil ich meine Ich habe ja jetzt Optifine drauf gemacht Dann leckt das nicht bei mir Weil Fraps zieht bei mir richtig übel die FPS runter Das, äh, Rick kann so ein bisschen auch Soll ich jetzt ein anderes genommen? Kann ich mal was ich aus Kopperblöcke bauen? Am besten finde ich eigentlich Bandicam, weil das zieht die FPS kein bisschen runter Außer halt ein, zwei FPS Damit will das Ding aufnehmen, der Bot will damit aufnehmen Mit Bandicam Ja, aber ich würde mir das dann auch, äh, original Ich glaube, ich brauche mehr Redstone Irgendwas aus Redstone Woa Was ist? Oh lol Alter, geht einfach Oh cool, jetzt sind Zombie mit einem Head Geht einfach hinter mir ein Creeper hoch, yo Yo, was ist jetzt, äh Ist jetzt bei dir alles kaputt, oder wie? Ich habe erst mal einen Herzinfarkt Ja, okay Den habe ich gemacht Was für eine Kohle ist das? Raw Silicon Nimm das mit, das ist Silikon Silikon Man könnte so Tittenwitze machen Aber das wäre jetzt so assi So ein Titten Na, wobei, Michelle ist jetzt weg, das wäre ja nicht assi Michelle ist ja weg Oh, jetzt erkenne ich auch erst, dass das blau ist Da muss man gerade die Stadt wiederfinden Alter, ich will so Kohle zu finden, ey Ich habe keine mehr Okay, noch nehme ich auf Das ist ein gutes Zeichen Oh, ich habe Fossile nochmal Also, äh, nicht wundern Ja, okay, geil Wenn die Aufnahme gleich abbricht Na, meine Aufnahme ist genau In dem Moment, wo ich sagen Worte abgebrochen Wirklich? Ja Ja, dann sieht man das jetzt bei mir Hört man denn noch mit Ich schneide, ich nehme das einfach das Ende nochmal auf Und, äh, schneide es dann irgendwie rein Ja, dann nimm es dann aus einer weiteren Folge auf Da hört ihr das Problem beim Herrn Ja, ja Wird auf jeden Fall besser, sobald ich, äh, eine andere Festplatte hab Ja Hoffen wir's Nö, eigentlich nicht Von mir aus könntest du Ich find gar keine Kohle mehr, Alter Das ist so lol, ich find gar keine Kohle mehr Na, ich hab, oh cool, ich hab ein Zombie-Head Ne, aber ich, äh, ich, äh, geh jetzt runter Weil ich darf ja eigentlich nichts mehr machen Mhm Du nimmst jetzt noch weiter auf, oder? Jep, ich nehm mal ein bisschen auf Jo, äh Aber meine Folge ist bald dann auch zu Ende Ähm Was ich aus den Fossilien mach, hab ich keine Ahnung Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben Was willst du, Junge? Komm her, Junge Ich geb's gleich aufs Maul, Junge Scherze Schraube da Was willst du, Junge? Boah, Junge Das ist militärisches Sperrgebiet, du Assi Also verpiss dich mal Darf ich sie darauf hinweisen? Sie sind im militärischen Sperrgebiet Also verpissen sie sich Ich bin wieder da Bin irgendwie grad rausgeflogen Ähm, ja Ja, ich hab grad ein paar auf militärisch Sperrgebiet verkloppt Und ich hab jetzt auch ein Zombie-Head Cool Ich, äh Alter, was macht das Hühnchen da? Nimmst du noch auf? Klar Meine Folge läuft noch Ähm, muss man eben mal hier Dreh'n dann Ein Skelett Oh, spinne, 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 spinne Ich bin der Rachnophobiker Ich bin der Rachnophobiker, ihr Wichser Fick doch eine Ich bin der Rachnophobiker WTF Ähm, ist das normal, dass wenn ich hier bei dem Renderprogramm Was du auch benutzt Ich hab ein kleines Problemchen hier Ja, kann ich jetzt was im Kopf sagen Ja, klar Ne, wenn, äh, wenn ich das Renderprogramm starte und ein Video da einfüge, habe ich da, wo das Video sein sollte, einfach nur, äh, Greenscreen Also komplett grün Boah, mit welchem Programm renderst du denn? Mit dem gleichen wie du Ah, wie du muckst, Alter Ja Ja, dann hast du irgendwas Grünes halt im Vordergrund gehabt als Anfang Ne, eigentlich nicht, weil das ist ja bei allen Sachen so Ey, den Ofen brennt noch Und Creeper Ähm, wo muss ich jetzt draufklicken? Schaap Leeroy, wie mach ich denn das jetzt? Scheiße, der Creeper ist hochgegangen Leeroy, wie, äh, wie muss ich klicken, um zu rendern? Ähm, bei den Programmen Mach's Ding Stellst erstmal die Settings ein auf X200 Ne, wo, wo denn die Settings? Auf der linken Balkenseite Die linke Balkenseite Da ist doch so eine linke Balkenseite bei A, wie du muckst Bei mir ist da auf der linken Seite, da steht Video Decoder, Configure, Video Output Ja, das meine ich ja, dieses Video Ding, da wo noch nichts eingestellt ist im Unterricht Bei mir steht da Video Output oder Audio Output oder so Ja, das, das musst du umstellen Da stellst du Video Output, stellst du auf dieses Ding in der Klammer X264 glaube ich war's Äh, also MPEG, äh, 4 AVC X264 Yep, oder so, äh, ja Ja Und Audio? Audio machst du MP3 Äh, also MP3 Lane Dann kannst du die Qualität nochmal umstellen von deinen Videos Äh, bei Da drunter bei Configure Ding ist da Ja, in etwa Äh, stellst du da irgendwas um oder machst du das einfach immer so? Ich stell da vielleicht zwischendrin, mach mal ein bisschen Audio um Alter Scheiße, ich hab das ja erstmal alles in die Kiste rei Ne, und dann, dann wo drauf, wenn das alles eingestellt ist, wo dann drauf? Ähm, dann gehst du auf Speichern Also auf File, auf Speichern oder, oder, äh, neben diesem Open auf Save Video Moment, lass mich kurz nachdenken, ob du das alles richtigst Ja Dann gehst du jetzt oben auf das Ding, Speichern und dann Speicherst du Also auf Save Video einfach Ja, und dann auf Save Und dann speicherst du das einfach irgendwie Ja, ähm, Dateiname, wie nenn ich denn das? Äh, Alter, ich kann das Raw Silicone, wie macht man das in Raw Silicone denn? Horizon Scheiße, mein Schwert ist gebrochen Wojo, zwei Zombie-Heads, Junge Die Kaserne nimmt Gestalt an Die Boss-Kaserne, nee Ich brauch ein Eisenschwert, Alter Ähm Alter, ich hab Spinnenklein gekloppt, Junge Ich bin der Bass Speichern Na, Rachenphobiker, der Spinnen zusammenkloppt, Alter Das ist das Boss-Niveau, jo Oh, lol, auf Ding seinem Gelände läuft ein Creeper rum Oh, lol Auf Bimbos Gelände läuft ein Creeper rum Lol, als wenn das jetzt schon fertig ist Nee, ist es nicht Nee, bei mir steht, äh, warte mal Wenn da gespeichert steht Und okay, dann hast du's fertig, wirklich Nee, aber Ein Witch-House, Junge Ah, hier ist das Witch-House hinterm Spawn, jo Boah, der Witch geb ich jetzt links und rechts ein Nee Scheiße, ich hab gar nicht genug Essen Hast du noch irgendwo Essen bei dir? Nee, gar nicht Du kannst gucken, ob bei mir unten Tomaten fertig sind Unten, ne? Oh, deine Kiste ist noch offen In meinen Grafiken ist meine Kiste offen, Alter Oh, hier hast du eine Tomate, die da drin liegen Ja, die kannst du dir nehmen Danke Nee, bei mir, äh Wenn ich ganz normal auf dieses Safe gehe Oh, ich hab irgendwas jetzt gerade rausgelegt von meinen Zeugs Ich glaub, es waren meine Was war das? Was hab ich da eben rausgelegt gerade? Scheiße, ich hab irgendwas rausgelegt Ich weiß bloß nicht, was es war Nee, bei mir funktioniert das irgendwie nicht Wenn ich auf Safe gehe, dann kommt da nur so eine Datei raus Was, die ich nicht abspielen kann Komischer Scheiß Ach, dann rendere ich das einfach Das stimmt in deinen Einstellungen noch immer noch was nicht Ja, aber was denn? Ich hab doch nie gesehen Ich guck mich mal an deinen Öfen um Ja, du kannst da rein theoretisch mal die Sachen rausnehmen Und was Neues reintun Vielen Dank Für die Level Vielen Dank für die Level, Alter Zack Packe ich da noch das Iron Ore rein Und da packe ich das Aluminium Ore rein Ach Gott, du bist so langsam hier mit dem Öfen hier Ich baue dir noch einen dritten Ofen Ich baue dir noch einen vierten Ofen schnell, ey Aus meinen Materialien Kriegst du von mir hier jetzt noch einen vierten Ofen gesponsert? Sponsert Sponsert bei Leeroy Incorporated Da klaue ich mir ein bisschen Kohle raus aus dem Ofen Zack Lidohr rein damit Zack Ich mute mich mal ganz kurz Yep Der mit seinem Feld, ey, oh Oh, je, oh, was ist das? Oh, je, oh, was ist das? Hä? Lass mich haben Ja, ja, ja Ich überliebe voll thôi, dann Kohle, Leute Kohle, sowas kann ich auch Mabel! Mabel hat hier etwas immer gehört. Komische Scheiße. Zack, zack, zack. So Kinder, jetzt machen wir Quanten-Pusik. Quanten-Pusik für Fluffies. Ne Kuh, verarschte mich. Ja, Kuh, die hätte er dann. Wirklich. Silber war auch geil, ey. Geiler Scheidermeiler. Geiler Meier ohne Eier, ey. Der Lukas bleibt immer noch weg. Oh, das heißt, ich kann nicht hin. Ich kann nicht ein Eisenhorn mitnehmen. Da bist du ja wieder. Ich habe mir ein bisschen Quantenohr gefunden. Ja, da habe ich auch schon ein bisschen was von. Ja, das Quantenohr in deiner Nähe habe ich mitgenommen. Ah, ja, kannst du ruhig machen. Ich habe jetzt 27 Quanten. Kannst du damit überhaupt was anfangen? Ja, klar, Quanten-Craft, Alter. Ich kenne mich damit noch ein bisschen aus. Und ich habe Marble bei dir gefunden, Alter. Ich baue gerade in deiner Nähe Marble ab. Ne, ich habe mir gerade mal ein anderes Render-Programm geholt. Marble, Marble, ist geil. Oh, Alter, ich habe noch mal Quanten-Craft Rohr gefunden. Hast du mittlerweile einen Cut gemacht oder nimmst du immer noch auf? Ne, weil deine Folge ist jetzt schon bestimmt 20 Minuten lang. Ne, die ist gut 10 Minuten vielleicht, 20 Minuten vielleicht. Nein, um 27 bin ich gegangen und da waren 7 Minuten rum. Und jetzt haben wir 37, das heißt... Ach, dann cutte ich gleich meine Folge mal. Oh, Fergus, oh, das nehme ich noch mit. Würde ich machen. Ich gehe gleich noch zu mir. Dann beende ich die Folge am helligsten Tage. Mhm. Hoppa, 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 hoppa. Du mit deinem Ding hier. Oh, da ist ganz viel Marble. Kann ich das dann haben? Was ist das Marble? Ja, klar. Ich finde Marble epic. Damit hat damals Gomme gebaut. Damit hat damals jeder gebaut. Ich schaue jetzt mal zu mir schnell rüber hier. Ich rendere jetzt mal eben die erste Folge. Ja, ich werde noch ein bisschen Org, glaube ich, die Öfen schnell packen. Ich habe nämlich noch ein bisschen Kohle in deiner Nähe gefunden. Mhm. So, das packe ich jetzt noch in die Kiste hier alles. Oh, Marble, Marble. Oh, mein Marble. Mein geiles Marble. Da fange ich jetzt mal gleich an. Hier noch kurz. Sticks und ein Eisenbräuch noch. Mach ich mir hier noch schnell eine Schaufel. Jo, mach das. Fuck. Hat nicht geklappt. Zack, zack. Und das. Ich mutter mich nochmal ganz kurz. Ja, mach das. Sad, zack, zack. So, her rein. Okay. Zack 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 und damit beende ich heute meine folge und sag mal dann bis schau bis zum nächsten mal oder macht es nicht mir doch scheiß egal also ciao